Hallo Leute, heute wollte ich euch mal eine neue LED Taschenlampe vorführen mit Dynamo, die GJ5434. Also wir schreiben ja vor Verpackungen, einmal kurbeln, also eine Minute kurbeln, 30 Minuten Licht und eine Leuchtdichte von 4 Lux. Wollen wir mal schauen. Kommt hier in so einer Tasche, Gürtelschlaufe. Da ist das gute Stück. Stellt sich mal auf eine Waage. Ich habe hier etwa 139 Gramm, das ist nicht besonders viel. Das ist eine Stufe und das wäre jetzt die zweite Stufe mit 3 LEDs. Das Gute ist, man braucht keine Batterien. Besonders schwer ist es auch nicht. Gut, vielleicht etwas groß, aber für den Zweck gar nicht mehr schlecht. Das Beste ist der Preis, das Ding hat gerade mal einen Euro gekostet. Okay, bis demnächst. Tschüss.